So weiter geht's. Wir gehen jetzt in die UV. In die WAS? Die UV. Ja super. Also ich zeig dir das. Also oben, ganz oben in der Leiste steht Default. Mhm. Siehst du das? Daneben ist so ein weißes... Ja, ich bin mit der Maus schon drauf, du. Ich hab dich ja gut verfolgt. Und, ach so, das ist ja mein Bildschirm, genau. Und dann auch UV-Editing. Okay. So. Gut, das brauchen wir gleich. Und zwar brauchen wir... Also wir gehen in den Edit Mode. Mhm. Und markieren uns den Würfel mit A komplett an. Ja. Und drücken dann Smart UV Project. Ja, witzig. Wie bist du da jetzt gerade drauf gekommen, du Knaller? Auf U. Ja, das hast du vergessen zu erwähnen. Ach so. Ja, man sieht hier unten auch sonst die Buchstaben, die ich drücke. Ja, ganz ehrlich. Glaubst du, ich verfolge deinen Mauszeiger und lese gleichzeitig, was auf deinem Bildschirm passiert? Also, wir drücken U und dann Smart UV Project. Smart UV. Und dann auf OK. OK. Uha. So, das brauchen wir gleich. Ich sehe ganz viele kleine Vierecke. Genau, das brauchen wir dann gleich für die Textur. Jetzt gehen wir noch einmal zurück in die Default Ansicht. So. Bist du wieder im Default? Ja, ich bin wieder im Default. Und jetzt gehen wir hier auf, ganz an der Seite, auf Material. Material, OK. Und dann auf New. New. Und das nennen wir jetzt auch einfach Kopf. So, warte mal. Cool. Und, ja. Ja, habe ich habe hier. Und dann hier bei Color auf diesen kleinen Punkt. OK. Und dann auf Image Texture. Image Texture. Da muss ich wahrscheinlich die Textur raussuchen und da oben. Ja. So, dann suchen wir uns mal den Skin. Den habe ich hier. Haar, super. Den habe ich hier direkt im Ordner drin. Das finde ich ja geil. Doppelklick oder Open Image? Ähm. Doppelklick geht auch, ja. Ja. Ja, ich habe jetzt Open Image gemacht. Ja. Scheiße. So. Jetzt gehen wir wieder auf UV-Editing. Bist du? Ja, bin ich drauf. Ähm. Und dann Edit Mode wieder. Edit Mode lassen. Und... Und... Okay. Aber ich habe jetzt also, äh... Bei mir sieht das anders aus als bei dir, muss ich jetzt mal so sagen. Oh, zeig mal dein Bildschirm. Weil bei mir ist es halt alles ein bisschen... ...viereckiger und nicht so... ...rechteckig wie bei dir. Und bei mir fehlt, äh... ...die Datei. OK. Deswegen. Ähm... Zeig mir dann trotzdem an dein Bildschirm. Ich weiß jetzt nicht, wo der für der liegt. Verstanden. Ne, bitte schön. Aber du hast das eben genauso hinzugefügt. Ah! Dann... Okay, das hast du mir vielleicht vergessen zu sagen, dass ich das hier nicht ausgeben muss. Ne, ich habe das nicht gemacht. Bei mir war das automatisch. Achso. Okay. Na egal, jetzt habe ich es ja auch hier drin. Genau. Also, wenn es nicht so geht, dann hinzufügen. Und jetzt, ähm... Bin ja ein intelligenter Bursche, ne? Jetzt bist du mit dem Mauszeiger in der Szene, also in dem Fenster, wo das Bild drin ist. Ja. Mach mal Zeit mit deinem Bildschirm lieber wieder, dann kann ich mir das besser ablubschen. So. OK. Und jetzt drücken wir hier A, markieren alles. Ja. Oh Gott. Und das ist jetzt eine ähnliche... Also in diesem Fenster arbeitet man ähnlich wie im 3D-Video, nur dass es halt keine Z-Achse gibt. OK. Also die Y und X und Y-Achsen sind jetzt, also oben und rechts und links ist jetzt X und Y. Brauchen wir gleich. Und jetzt markieren wir alles. Skalieren das kleiner. So wie wir es halt brauchen und ziehen es uns genau an die Stelle ran. Und wie ziehe ich mir das? Achso, mit G. Also genau wie im anderen auch. Ah, okay. Das heißt, jetzt muss ich es mir exakt da oben auf den Punkt drauf packen? Exakt da oben hin packen, wie du es brauchst. Also wie es ist halt. Warte mal, aber wenn... Das ist jetzt der Würfel, ne? Das sind jetzt... Wie viele Seiten sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Ja. 6 Stück. Muss ich denn jetzt nicht abzählen, welcher da was ist? Doch, das müssen wir jetzt gucken, also. Das heißt praktisch, wenn ich den jetzt aufgeklappt hab... Das heißt praktisch dieser... Da sind jetzt insgesamt 6 markiert und der eine ist aber so komisch gepünktelt, ne? Ist doch bei dir auch. Ja. Ist das der, wo vorne das Gesicht reinkommt? Ähm, weiß ich ja auch grad nicht so genau. Also irgendwie gefällt mir das nicht so mit dem Smart TV Project. Ich glaube, wir probieren mal was anderes. Ich finde das aber gut. Ja. Aber es ist irgendwie so... Mach erstmal weiter. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir werden das ja dann sehen. Du kannst es auch noch skalieren und alles oder nicht? Ja, das stimmt. Ja, dann machen wir doch erstmal weiter. Warte mal, wenn ich jetzt skalieren drücke und dann x oder y. Ne, das geht nicht. Ups, das war jetzt irgendwie falsch. Ähm. Ups. Also. Geh nochmal in das Fenster daneben. Ja. Und dann ist da alles noch markiert. Ja. Und dann drückst du Steuerung E. Und dann drückst du Steuerung E. Steuerung E. Und dann auf Maxime. Ja. Ja. Maxime. Ja. Und jetzt drückst du da drauf. Wo? Jetzt sind die ganzen Seiten... Also auf Maxime. Ja. Dann sind alle Seiten rot. Ja. Und dann drückst du U wieder. Und dann auf Unwrap. Unwrap. Ah. Und jetzt haben wir hier Quadrate, weil das war irgendwie so rechteckig da. Das ist safe. Und jetzt sind die Seiten auch gerade. Ja, klar. Ja. Machen wir es so. Okay. Jetzt skalieren wir wieder kleiner. Jetzt haben wir sechs Seiten. Das ist richtig. Allerdings sind die jetzt noch an der falschen Reihenfolge. So. Dann gehen wir nochmal hier in das Fenster daneben. Und dann gibt es hier unten so eine Möglichkeit den Place Select anzuklicken. Also die Seitenfläche, ja? Genau. Okay. Und dann markieren wir uns hier die eine Fläche. Okay. Der Vorderer. Ja. Und jetzt sehen wir die. Die ist jetzt auch hier. Und die schieben wir uns jetzt an die richtige Stelle. Ja. Habe ich gemacht. Ja. Auch gleich. Ja. Ich habe sogar schon direkt vor richtig skaliert. Du sagst du. Ich bin so gut. Unglaublich. Ja. Und dann machen wir das jetzt einfach mit allen Flächen. Also die obere wird wahrscheinlich die gelbe hier sein. Ja. Und das machen wir jetzt einfach. Die Seite. Die hier. Das ist jetzt hinten. Bin ich ja mal gespannt was dabei rauskommt. Ja. Ich auch. Also. Uh. Ne. Das wollte ich nicht. So. Nein. Nein. Und hinten ist auch gelb. Kleppgelb. Mann. Der sieht ja richtig nach dir aus. Gelbe Haare und eine offene Fresse ey. Super. Du bist so witzig. Entschuldigung. Du weißt aber auch, dass du die Unterseite nehmen auch noch mitmachen musst. Die untere ist diese rosa ne. Ja. Genau. Na. 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 Hier unten. Da wo Object Mode steht. Da kann man ein Viewport Shading auswählen und dazu klingtzeniu auf Texture. Wow. Aber die hat sie noch nicht genau. Weiß ich auch nicht genau warum. Ja. Weil bei mir sieht's besser aus als bei dir. Das muss ich ja schon mal sagen. der hat mir meine eine seiten seite also meine kopfseite hat er mir über kopf gemacht ich meine das ist eine interessante frisur das will glaube ich keiner so haben dann wieder bei der seite die seite an markieren wo das problem ausgetaucht ist super wollte ich jetzt wissen welche das war also kannst einfach hier auch auf texture mode stellen okay okay da habe ich jetzt so und dann klickst du die an und dann drehst du jetzt einfach hier bis es passt also um 180 grad hier voll witzig aus mann warum das jetzt so pixel ich ist da bin ich mir auch nicht ganz sicher ich denke mal dass entweder liegt das daran dass wir dass der so groß ist das menschen das kann man dann aber gleich kleines kann ich mich auch hier in diesem rechten fenster irgendwie nach links bewegen ja mit mit x mit y geht es nach oben und mit x nach rechts und also wenn du was an markiert hast gehen und dann x nein ich meine also mache ich das nicht mehr mit der kamera an sich dann sich in dem fenster was so mit der mittlere maustaste wieder das gibt bei mir aber gar nicht machen das ist so beschissen mit der mittlere maustaste aber ich habe hier schon die umgestellte genommen deswegen wundert mich dass zwei dann ist das wahrscheinlich wieder eine andere einstellung bei blenden anders wo das ist gut dann machen wir trotzdem jetzt den ganzen vorgang erstmal mit allen anderen geräten ja anders geht es nicht also geht es jetzt auf default die default ansicht und jetzt fühlst du einfach bei jedem also also du markierst den kopf an hast du das kann selber so ein bisschen ok ich kann es nicht okay mach weiter also kopf an markiert im default modus in der default ansicht habe ich und jetzt kannst du einfach hier da siehst du so ein material button einfach den leben das ist jetzt kopf und jetzt siehst du einfach in die 3d in den 3d view und wirfst denn da auf den arm drauf und das machst du mit allen anderen teilen auch wenn das bei mir funktionieren würde würde ich das tun also ich versuche den hier auszuziehen das geht nicht also den unteren wenn ich nicht da aus dem herr welchen klein na hier also da steht kopf und daneben ist das sind hier das teilnimmst du ok gut ist ja kompliziert ja wie er per kevin ok jetzt gehen wir wieder hier jetzt ist aber schwarz ich will nicht so und jetzt fangen wir zum beispiel mal mit dem oberkörper an ok